Um Identifikationsaufgaben effizient zu lösen, benötigt man mehr als nur eine Technologie. SICK ist seit Jahrzehnten Vorreiter für kamerabasierte Codelaser, Barcode-Scanner, RFID und Handheld-Scanner. Und da es bei intelligenten Fragen nicht nur eine Antwort gibt, hängt die Auswahl der besten Technologie von der Applikation ab. Kamerabasierte Codelaser sind besonders flexibel bei der Erkennung verschiedener Codearten, zum Beispiel auf Verpackungen. Neben 1D-Barcodes identifizieren sie auch 2D-Codes, wie Datamatrix, QR, Maxi-Codes oder Klarschrift. Sogenannte OCR-Codes. Barcode-Scanner besitzen eine hervorragende Schärfentiefe und können daher bei Applikationen mit unterschiedlichen Leseabständen, zum Beispiel in der Lager- und Fördertechnik, universell eingesetzt werden. Durch den großen Öffnungswinkel des Barcode-Scanners deckt bereits ein Gerät die meisten Förderbandbreiten ab. Mit Hilfe von RFID wird eine durchgängige Identifikation zum Beispiel von Karosserien im Produktionsprozess möglich, vom Rohbau bis zur Auslieferung. Die Transponder können mehrfach mit Informationen beschrieben werden, benötigen keinen Sichtkontakt und sind auch bei rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig im Einsatz. Um hohe Durchsatzmengen zu ermöglichen, sind reibungslose Abläufe in der Elektronikfertigung das A und O. Zuverlässige und schnelle Codelesung, gut sichtbare LED-Beleuchtung sowie ergonomisches Design von Handheld-Scannern steigern direkt die Produktivität. Egal für welche Technologie Sie sich heute entscheiden, mit der umfassenden Expertise von SICK haben Sie immer die bestmögliche Lösung, individuell zugeschnitten auf Ihre Anwendung. Damit Sie auch morgen noch bei der Wahl der Technologie flexibel sind, bieten Ihnen unsere Identifikationslösungen eine einheitliche Anschlusstechnik, eine einheitliche Bedienoberfläche und ein einheitliches Zubehörkonzept. Wir nennen das 4D Pro. Wir finden, es braucht mehr als eine Vision, um Ihre täglichen Herausforderungen zu lösen. Wir finden, es braucht viel mehr Intelligenz.